Oh ja, klar. Geht's jetzt mal aufhören, Leute? Das ist nicht mehr lustig. Einfach mal noch einen Dummschlag auskommt. Ja, geil. Oh ja. Oh, da sind viele Fässer. Nicht gerade unauffällig, aber das lässt sich wohl nicht ändern. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Das können wir nachladen. Oh, Dekotannenbäume, die geriffelt sind. Voll der Heibel. Die Errichtung der hochempfindlichen Antenne auf der Nachbarinsel ist abgeschlossen. Sie wird es uns endlich ermöglichen, die Aktivitäten feindlicher Organisationen inklusive der US-Geheimdienste zu verbringen. Dienste abzuhören und zu überwachen. Jetzt haben wir unsere Ohren überall. Zunächst werden wir damit Informationen sammeln, die für den Tag der Entführung relevant sind und einen Plan ausarbeiten. Unsere Erfolgsaussichten sind besser denn je. Wir werden die ganze Welt zeigen, wie ineffektiv, löchlich und überholt der Sicherheitsnetz unseres Staates ist. Check Browser. Eine Dokumentation hast du gelesen, über Tannenbäume in Hintern. Oh, Momentum. Wollen wir mal den Nassi? Na, jetzt ist es noch nicht. War ja klar. War ja klar. War ja klar. War ja klar. Oh, da haben wir noch keinen Wirkern. War ja klar. War ja klar. War ja klar. Da war ja klar, ich habe ich noch nicht gemacht. Da fahre ich lieber drei Runden Achterbahn. So, noch einen Schluck trinken. Und weiter geht's. Ich glaub die. Das Level ist bald vorbei. Oh Gott, da seh ich schon wieder was Rotes. Grüne Kräuter. Ja, ich stell mir meine Deko auch lieber hin. Dann stinkts auch nicht so in der Wohnung. Warum hast du immer nix? Deine Kohle oder dein Leben? Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Das Gebiet ist gut überwacht. Ich muss aufpassen. Ich glaub die Teile sollten mich nicht sehen. Kann das sein? Ja, blädeln kann man auch, weil... Oh, diese ekelhaften Rieseninseken haben sich sogar hier breit gemacht. Und wieder drei davon. Ach, nö. Quatsch, nö. Jetzt muss ich doch mal wieder. Wann jetzt gibt's noch ein Blatt? Insofern nicht. Ich geh denn an und drehe. Ich geh's so von mir in den Blatt. Ah, den muss man klappmachen. Okay, ein Honigsenk, ausversiehen. Gott, das ist K.G. Ich sollte mir lieber... Helfen. Das muss ich jetzt machen. Oh, du hast mir wischte, Spine. Lauf! Jo! Uiuiuiuiuiui, vielen, vielen Dank! Warte, die Klappe. Ey! Oh ja, jetzt gibt's richtigen Hund. Aber leider nicht, wir sehen. Oh, hab ich Dere. So, ich wollt' mich stören. Das war echt keine Absicht. Das muss du mir glauben. Auffach, einfach mal nur ein Dummschlag auskammert... Geil! Moment! Willst du jetzt mal sterben? Du mit auf den Fallen! Dankeschön! Das ist die Sache ... ... und du ... ... dass du klingst! Die da oben, hol die gleich mal weg. Oh, bist du das sehe, ne? Kann ich die da oben und ausschalten, dass ich miteinander die restlichen Sachen holen kann? Ja, das war nicht zumal, der hat Müller im Auge. Vereintrost. Er ist ein Meister schon wieder mit solchen Sachen. Das wollte ich nicht. Mann! Was war's? Ich nehm' Blankgranate. Aber den haben wir jetzt eh so viel. Oh! Oh! Ja, du musst wieder nachladen! In GNA in dem Moment! Komm, 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 komm! Oh! Stressig! Ist das jetzt die Nummer? Danke! Ei, 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 okay. Jetzt können wir uns mitnehmen. Nochmal ein grünes Kräuterhirn. Moin. Was geht's da drin? Nix. Ok. Hm. Ah. Was ist passiert da? Den wollen wir nur ausschalten. So? Oh, no. O, ja. Geh es! Mann, was ist hier? Problem! Da 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 da! Die sind hier! Kannst du mal das nehmen? Dankeschön! Grünes Kraut Ich glaube sieben gibt es Recht lang kann es glaube ich gar nicht mehr dauern Und wer weiß wie lang das siebte geht Ich glaube auch gar nicht, dass das siebte so lang ist Eine... Mache... 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 Nimm mal dein Messer! Oh! Ich hab kein Messer mehr! Ey! Sei es dir verziehbar! so aber es soll dann nicht nur irgendwo ein Schatzer Was ist das für den Müll? Ich kann es so was mit der Nähe anziehen. Wenn ich in der Hand fangese, dann muss ich das nicht mal. mehr auf urmel killen dies ist echt geil okay TMP können wir nachladen du schon wieder Nein, 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 nein! Schweinchen, Babe King! Was? Du kommst durchvollend? Nein! Wieso? Wo sind wir jetzt? Oh, nein! Ja, nein, 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 nein!